So, und der Startschuss ist erfolgt. Es geht über 300 Meter Hindernis und etwas mehr als sieben Runden. Lena Melodyn bereit zu in Führung. Sie legt es von einem Rund. Da hat sich ein Rund mit Bettina Wachel und mit Jasmin Zweibüller gebildet. Die ersten zwei Runden haben sehr souverän ausgesinnt. Nach fünfmalen gilt es für Lena, die 400 Metern, an die Runde zu absolvieren. Die Zweibüller sind bereits wieder auf der Zielgerade. Das ist ein Rund, das ist ein Rund, das ist ein Rund. Hopp, 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 hopp! Die letzten 40 Meter, auf geht's Lena, super! Die letzten 15 Meter, sehr stark! Und Bettina Wachel gewinnt Brose!